Evgeny stellte die Fragen aller Fragen. Yes, wir haben uns verlobt, Evgeny Vino-Kurov 30 kann sein Glück kaum fassen. Der Let's Dance Profi-Tänzer und seine Freundin Nina Betsubova, die seit 2019 ein Paar sind, werden heiraten. Das teilte er nun ganz stolz auf Instagram mit. Es war romantisch wie im Märchen. Es war aufregend, es war sehr schön und privat, was für mich sehr wichtig war. Es war romantisch wie im Märchen. Zumindest habe ich so empfunden, oder Nina, schreibt er bei Instagram. Dazu postet er ein Bilderkollage, die das glückliche Paar im Urlaub in Amsterdam zeigt. Auf einem Foto hält Nina, die ebenfalls Profi-Tänzerin ist, ihre Hand samt Verlobungsring in die Kamera und grinst ganz aufgeregt, Da liegt Liebe in der Luft. Und prompt hagelt es Glückwünsche in den Kommentaren. Wow, herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Gratuliert Profi-Tänzer-Kollegin Isabel Edwardson. Und auch seine ehemalige Let's Dance-Tanz-Partnerin Ilse de Lange freut sich für ihren Freund. Ich wünsche euch das Beste für die Zukunft. Ich wünsche euch das Beste für die Zukunft.